Er verfügt über 200.000 mal mehr Leistungen als die neuesten Laptops auf dem Markt und braucht so viel Strom wie rund 12.000 Haushalte und das allein für die Kühlung. Der neue Supercomputer namens Summit wird gerade im amerikanischen Tennessee gebaut und wird wohl im kommenden Jahr als mächtigster Computer überhaupt an den Start gehen. Wie es damit funktioniert, was er alles kann und welche bedeutenden Fragen der Wissenschaft er vielleicht schon bald beantworten wird, jetzt in Clixoom Science & Fiction. Herzlich Willkommen! Forschungsteams weltweit müssen heutzutage mit immer mehr Daten klarkommen und sie vernünftig auswerten, um den großen Rätseln der Wissenschaft auf die Spur zu kommen. Big Data heißt das Schlagwort. Herkömmliche Labor-PCs sind gar nicht in der Lage, die riesigen Mengen an Daten zu verarbeiten, die beispielsweise den Klimawandel beschreiben. Auch für die Entwicklung von Medikamenten oder bei der Materialforschung müssen komplizierte und vor allem gigantisch große Datenmengen ausgewertet werden, um voranzukommen. Im nächsten Jahr wird dies wahrscheinlich wieder ein Stückchen einfacher. Denn dann soll der Supercomputer Summit an den Start gehen, der derzeit am Oak Ridge National Laboratory in Tennessee gebaut wird. Dann wird er wohl auch seinen Vorgänger Titan ablösen, der lange als der krasseste Supercomputer überhaupt galt. Doch Summit wird dafür sorgen, dass Titan ausgedient hat und wohl nur noch ein Jahr weiterlaufen soll. Manche bezeichnen ihn schon jetzt als alte Maschine. Zu Recht, denn Summits Rechenleistung wird wohl mindestens fünf bis zehnmal so hoch sein. Es ist einfach der reine Wahnsinn, was Summit können wird. Pro Sekunde wird er nach Plan des Forschungsteams rund 200 Billiarden Operationen durchführen können. Ermöglicht wird das durch sein Innenleben, gerade wird er mit sogenannten Knoten ausgestattet. Insgesamt 4600 davon wird Summit am Ende besitzen und jeder einzelne davon kann rund 40 Teraflops leisten. Flops steht für Floating Point Operation Per Second, also auf Deutsch Gleitkomma Operationen pro Sekunde. Wobei Gleitkomma die Art der Zahlendarstellung bei Computern bezeichnet. Flops geben also grob gesagt an, wie viele Berechnungen ein Rechner pro Sekunde schafft. Dadurch, dass in Supercomputern wie Summit zahllose Prozessoren kombiniert werden, erreichen sie an gesamter Rechenleistung sogar Peta-Flops, also das Billiardenfache. Dafür steht Peta an Flops. Summit soll 200 Peta-Flops schaffen. Um diese Rechenleistung zu erzielen, braucht Summit unfassbar viel Energie. Zudem produziert er bei seiner Rechnerei eine unvorstellbare Hitze. 20 Megawatt sind notwendig, um den Supercomputer und seine Umgebung vor Überhitzung zu schützen. Das ist etwa so viel Energie, wie etwa 12.000 Häuser an Strom verbrauchen. Denn jeder der 4600 Knoten von Summit muss einzeln gekühlt werden, eine riesige Herausforderung. Die Lösung dafür ist eine sogenannte Kaltplattentechnologie in jedem einzelnen Knoten, bei der kühlendes Wasser durch die Oberplatte geleitet wird. Dadurch werden tatsächlich etwa 70 Prozent der Hitze absorbiert. Das Wasser ist übrigens 21 Grad warm, denn wäre es eiskalt, würde sich Tau bilden, der Summit gefährlich werden könnte. 30.000 Liter Wasser pro Minute müssen deswegen fließen, um diese Kühlleistung zu garantieren. Diese Kühltechnik ist für solche Supercomputer innovativ. Der Supercomputer Titan wird noch durch ein Gefriersystem gekühlt, andere Systeme seiner Art durch ein Bad ausölen. Bis nächsten Monat laufen wohl noch die letzten Installationen. Dann wird Summit noch eine Zeit lang auf Schwachstellen getestet, bis er dann als wahrscheinlich mächtigster Computer überhaupt seinen Dienst aufnehmen wird. Hier bei Clixoom erfahrt ihr natürlich, wenn dort neue bahnbrechende Erkenntnisse gewonnen werden. Wenn ihr kein Video zum Thema und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den genau auf die Glocke. Hier geht es weiter mit, ist das Universum ein Supercomputer? Das wäre dann tatsächlich der ultimative Supercomputer, wie Forscherinnen und Forscher auf diese Idee gekommen sind. Einfach draufklicken und am Ende seid ihr schlauer und ansonsten bis dann, bleibt dran! Bis dann! Bis dann!